Telefonakquise ist letztendlich auch Kalterkrise. Also letztendlich sind wir hier wieder genau so bei der Kalterkrise. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Wenn ich neue Kunden möchte und sozusagen mit Personen, mit Firmen sprechen möchte oder in Kontakt treten möchte, die mich noch nicht kennen und ich sie vielleicht auch noch nicht, dann bleibt mir das anders übrig, als Kalterkrise zu machen. Surprise, Surprise! Und ob das jetzt online ist über PPC, also ich schmeiß Google Geld hin und dafür bekomme ich diese Personen, bleibt mich aufmerksam auf meine Webseite oder ob ich das jetzt per Telefon mache, ist nach wie vor Kalterkrise. Ganz was Neues, dass das eigentlich letztendlich genau das gleiche dahinter steht, das gleiche Prinzip. Aber gut, ganz ganz wichtig hier zu beachten ist, dass... ... ... ... ... ... ... ... ...